Absolut wichtige Neuigkeiten in RF4 sind rausgekommen. Es gibt entscheidende Änderungen, die das Grundangeln betreffen. Es gibt entscheidende Änderungen für Futtermische. Alle News erfährst du jetzt. Also, komm mal ran hier ans Feier und lass mal ein bisschen schnacken. Wir haben aus der Vergangenheit die Information gehabt, dass wir nur mit einer Futtermische an einem Spot angeln sollen. Diese Information wurde jetzt als falsch dargestellt. Das bedeutet, wir können mit der aktuellen Information an einem Spot mit verschiedenen Futtermischen angeln und diese Futtermischen überschreiben sich nicht. Absoluter Gamechanger. Wie war das in der Vergangenheit? In der Vergangenheit hieß es, aus uralten Zeiten und uralten Informationen sozusagen. Alten, eine Futtermische mit der zweiten Futtermische, die du rein schmeißt, überschreibt man den Spot. Mit dieser Information haben wir in den letzten Jahren alles geangelt. Diese Information ist uralt. Ich glaube, alle, die so ein paar tausend Stunden im Game haben, kennen auch nur diese eine Information. Futtermische rein, zweite Futtermische hinterher, zweite Variante oder zweite Art Futtermische und die zweite überschreibt die erste. Woher kommt diese Information? Diese Informationen, wie gesagt, kommen eben aus den Anfängen des Games. Mittlerweile haben wir andere Verantwortliche hier für uns und für das Game und diese kümmern sich auch um Fragen. Und mit diesen Fragen sind die Verantwortlichen zu den Programmierern gegangen und sind diese Fragen durchgegangen, Stück für Stück. Und da sind dann solche drastischen Fehler aufgefallen. Das heißt, wir haben einfach Übersetzungsfehler in der Vergangenheit gehabt, die aufgrund, ja, ich sag mal auch der Komplexität und der Größe des Games durchaus einfach entstehen können, mit denen wir jetzt jahrelang gelebt haben und jetzt auf einmal ist es absolut game-changing. Wir können jetzt, was wir auch vorher natürlich auch schon konnten, aber jetzt geht es ja richtig los. Ich habe schon direkt Fantasien im Kopf, wie man jetzt Futtermischen kombiniert und wie man drei Routen mit unterschiedlichen Futtermischen kombiniert, um an einem Spot super effektiv noch zu angeln. Alter, ich glaube, es wird einfach richtig wild, was da in Zukunft alles noch auf uns zukommt. Schauen wir uns die Infos doch einfach mal an, was denn offiziell geschrieben worden ist und was da bekannt gegeben worden ist. Und da wird geschrieben, liebe Angler, kürzlich haben wir uns ausführlich über einige eurer komplizierten Fragen mit den Game Designern unterhalten. Da haben wir es also. Während dieses Gesprächs mussten wir leider feststellen, dass einige Details in der Übersetzung verloren gegangen sind und einige falsche Informationen geliefert wurden. Bei der Übersetzung komplexer Spielmechaniken in verschiedenen Sprachen sind diese Fehler manchmal schwer zu vermeiden. Und da werden jetzt drei konkrete Punkte eben nochmal aufgeschrieben und dazu kommen dann nachstehend auch nochmal verschiedene Fragen. Auch die gehen wir gleich Stück für Stück einmal durch. Also konkret, wir müssen drei Angaben korrigieren. Angabe Nummer 1. Unterschiedliche Futtermischungen überschreiben sich nicht, sondern bilden einen gemeinsamen Futterplatz. Absolut game-changing. Riesen, riesen Unterschied. Unterschiedliche Futtermischen überschreiben sich nicht, sondern bilden einen gemeinsamen Futterplatz. Das bedeutet, drei Routen, drei unterschiedliche Mischen an einem Spot und ganz, ganz wilde Anfütterungsmethoden. Als nächsten Punkt steht dann, der so geschaffene Futterbereich wirkt sich bei gleichzeitigem Einsatz auf alle drei Routen aus. Auch natürlich dann nochmal eine wichtige Frage, das heißt also nicht drei verschiedene Futtermischen an drei verschiedenen Routen und jede Route angelt für sich alleine. Nee, es zählt tatsächlich die Kombination aus allen drei Futtermischen dann an diesem Spot. Auch noch ein weiterer wichtiger Punkt, die Kategorien für die Partikelgrößen waren nicht detailliert genug dargestellt. Das heißt also, was sind die verschiedenen Partikelgrößen, ab wann ist es ein großer Partikel, ab wann ist es ein kleiner Partikel. Wie auch schon in den vergangenen Videos immer gesagt, die Partikelgrößen beeinflussen ja auch die Größe der Fische. Und da gehen wir auch am besten nochmal detailliert in einem weiteren Video drauf ein, Futter mischen in Kombination mit der Futterrakete. Wie ist da der Einsatz am besten? Wie gesagt, dazu mache ich im Idealfall nochmal ein extra Video, denn das ist nochmal wahnsinnig komplex. Aber auch das spreche ich hier gleich nochmal kurz an. Ja, gehen wir mal eben dann zu den Fragen. Es gab halt verschiedenste Fragen von euch und aus dem Forum wohl auch gestellt, sind offizielle In-Game-Turniere geplant. Man kennt es vielleicht aus anderen Games, dass dann immer mal wieder an den verschiedensten Gewässern automatisch sozusagen In-Game-Turniere geplant sind, beziehungsweise dann auf einmal ein Timer abläuft. In einer Stunde muss man an dem und dem Gewässer sein und dann startet da automatisch ein Turnier. Das ist insoweit nicht geplant, also solche Turniere sind zurzeit nicht geplant. Solche Aussagen sind auch immer wieder gleich von R4. Man kennt es auch aus verschiedenen anderen Q&As. Solche Fragen, wie gesagt, werden halt häufig damit beantwortet, dass es im Moment nicht geplant wird. Kategorisch abgelehnt werden solche Sachen halt nicht. Man ist ja in der Entwicklung immer noch weiter drin. Das heißt also, wenn sich das irgendwann anbietet, wenn das auch gewünscht ist und wenn das irgendwie auch noch gut reinpasst ins Game, sind halt solche Ideen auch immer willkommen. Dann war eine weitere Frage. Wird es mehr optische Fischaktivitäten geben, wie zum Beispiel springende Fische, um mehr Immersion der Gewässer zu erzeugen, oder auch Indikatoren, um Fische zu finden. Heißt also das, was man jetzt am Kuori schon sieht und kennt. Das heißt, am neu entwickelten Kuori schwimmen ja am Rand immer so kleine Fischis rum, die kein Anzeiger dafür sind, dass da Fische sind, sondern einfach nur, dass das gesamte Gewässer insgesamt eben lebendiger erscheint. Genau, und dazu gibt es dann natürlich auch noch die Aussage. Es ist geplant, weitere Anzeichen von Fischaktivität an den Gewässern zu implementieren. Das Vorhandensein einer solchen Aktivität wird den Reservoirs sicherlich Leben hinzufügen. Springende Fische und Fischschwärme am Kuori sind Schritte in Richtung eines belebteren Gewässers. Also das ist quasi genau das. Man hat einfach mehr den Eindruck, dass das Gewässer lebendiger rüberkommt. Und auch das ist wohl geplant und auch weiter gewünscht. Und passend dazu dann auch direkt die nächste Frage. Bestehen weitere Pläne, die anderen Gewässer ähnlich wie der Moskito, Windenbach oder Kuori zu überarbeiten? Es gibt natürlich schon wirklich viele Gewässer, die auch wirklich sehr alt sind. Ob es jetzt der Bärensee ist oder eben auch die Sura. Also es gibt einige Gewässer, die mal wirklich einen Upgrade gebrauchen könnten. Und auch dazu gibt es dann natürlich eine Aussage. Ja, wir planen die anderen Gewässer im Spiel unter Berücksichtigung der gesammelten Erfahrung zu aktualisieren. Diese Arbeit wird systematisch und parallel zur Erstellung neuer Gewässer durchgeführt. Heißt also, es läuft nebenher konstant die Entwicklung oder die Optimierung oder Aktualisierung auch der alten Gewässer weiter. Kommen wir zu der nächsten Frage und in der geht es um optische Veränderung. Das heißt, inwieweit man quasi sein Setup so ein bisschen individualisieren kann, seine Klamotten vielleicht noch ändern kann oder eben seine Routen und Rollen farblich anpassen kann. Und da heißt es, wird es mehr Customization Optionen im Spiel geben. Das betrifft, wie gesagt, halt diese Änderung einfach nur der Farben oder halt einfach der Optik. Dann sind aber an dieser Frage auch noch drei weitere Fragen quasi angehangen. Auf die wird leider nicht detaillierter eingegangen. Es wird auf diese Customization eingegangen. Da gehen wir auch gleich in die Antwort. Weitere Fragen waren, bei der Schnellauswahl benötigen wir Kategorien. Jeder kennt es, wenn man zum Beispiel mal eben schnell einen anderen Wobbler raussuchen will, muss man sich durch 500 verschiedene Kunstköder scrollen. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Dann gibt es nochmal eine Frage, die Möglichkeit einen Grill zu kaufen. Gibt es die Möglichkeit einen Grill zu kaufen oder wird es kommen, um vom Angelplatz, dass man da halt direkt am Angelplatz bleibt und direkt vor Ort mal eben einen Tee kochen kann oder sowas. Diese Fragen kommen mir alle bekannt vor. Ich bin jetzt zuletzt die Fragen an RF4 aus dem Discord alle nochmal durchgegangen. Und es wird auch demnächst ein Q&A mit RF4 im deutschsprachigen Bereich geben. Das heißt also, wir gehen dann Schritt für Schritt sämtliche Fragen zusammen mit RF4 nochmal durch. Und auch wie gesagt, diese Fragen werden dann natürlich mit beantwortet. Also kommen wir zur Antwort auf die Frage der Customization. Ja, wir möchten so viele Möglichkeiten zur Anpassung von Spielgegenständen wie möglich bieten. Der erste Schritt in diese Richtung wurde mit der Aktualisierung der Werkstatt gemacht, wo die Möglichkeit besteht, das Öl und die internen Komponenten von Rollen zu wechseln. Der Wunsch nach der Möglichkeit, die Farben von Rollen und Routen zu ändern, wird immer wieder laut. Wir sind dabei, die technische Möglichkeit für eine solche Anpassung zu finden. Heißt auch da, ja, es wird dran gearbeitet. Auch diese Frage kommt mir bekannt vor und auch diese wird immer wieder gestellt. Wird es Funktionen geben, um auf Gewässerkarten Notizen einzufügen, zu hinterlegen? Heißt also, ich mache mir selber auf meiner Map hier ein Kreuzchen und schreibe mir eine kurze Info dazu. 15 Meter, die und die mische, zack, da lüppt die Brasse. Tja, und da sieht die Antwort doch sehr eindeutig aus. Die Möglichkeit, Notizen auf der Karte zu hinterlegen, ist geplant. Also da eine ganz eindeutige Aussage, ja, das wird schon geplant. Das heißt, die sind da wahrscheinlich schon dran. Sehr gut. Kommen wir zu einer Frage, die auch immer wieder gestellt wird, quasi täglich. Eine Frage, die die Spots betrifft. Also gehen wir mal rein in die Frage. Diese Frage handelt sich um das Überfischen und Finden eines Spots. Momentan kann man für circa eine Stunde aktiv an einem Spot angeln. Im Anschluss lässt die Frequenz nach. Ja, kennen wir aus der Vergangenheit. Man steht die ganze Zeit an einem Spot. Nimmt zum Beispiel jetzt einfach mal Tutti Frutti als Köder mit Mais. Man ballert das an einem Spot raus. Nach 40, 50 Minuten sieht man schon, es nimmt vielleicht ein bisschen ab oder die Fische werden kleiner und auf einmal ist wirklich Flaute und es kommen nur noch die schäbigen kleinen Karpfen raus. Gibt es spezielle Empfehlungen in Bezug auf die Erholung des Spots und sind Änderungen an dem Verhalten geplant? So endet dann die Frage. Heißt also, in Gänze geht es einfach um die Aktivität des Spots und dazu gibt es natürlich dann auch die Antwort. Die eigentliche Frage ist zweigeteilt. Das heißt, es kommt da nochmal eine Frage oder einen Anhang dazu. Unter Berücksichtigung der Spielmechaniken, des Überfütterns und den unterschiedlichen Fischverhalten fühlt sich das Experimentieren weniger effektiv und lohnend an als nur Spots von bekannten Quellen, zum Beispiel so einem YouTube-Kanal oder VK zu kopieren, ist es geplant, dies zukünftig zu ändern oder zu modernisieren. Ist ja das bekannte Phänomen, auch das bekannte Phänomen, warum alle immer nur mit den gleichen Ködern angeln. Irgendwer gibt irgendetwas bekannt, das heißt, man hat irgendwo eine Quelle, man probiert es aus und alle angeln quasi mit dem gleichen Köder an der gleichen Stelle mit der gleichen Futtermische und keiner experimentiert mehr, weil man eben auch vorwärts kommen will. Ganz bekanntes Problem und dazu gibt es dann eben noch die Antwort. Viele Spieler verwenden fertige Vorlagen, Anleitungen anderer Spieler, anstatt eigene Strategien zu entwickeln, um nach Fischen zu suchen. Zugegeben, solche etablierten Muster funktionieren, aber es kann sehr vorteilhaft sein, zu versuchen, das Muster zu durchbrechen. Das Spiel bietet dazu die Möglichkeiten, wir werden aber nicht beim bestehenden Fischereimodell bleiben, sondern es weiterentwickeln. Was auch immer das heißt, das lässt, ja, viel Platz für Spekulationen. Ja, zu der anfangs gestellten Frage bezüglich des Überfütterns beziehungsweise, dass die Spots eben nach einer Stunde tot sind. Ja, ich bin gespannt, wie sich das jetzt ändern wird, wenn man mit anderen Futtermischen und mit mehr Kombinationen rangeht, ob man eben einen Spot vielleicht länger aktiv halten kann. Das wird absolut interessant. Ansonsten gibt es ja bereits auch dazu schon die Informationen, dass es so ist, dass manche Spots dann irgendwann einfach leer gefischt sind. Das heißt, die Anzahl der Fische an diesem Spot hat sich dann einfach so stark reduziert, dass dann nur noch irgendwann uninteressante Fische drin sind. Und dann muss man quasi auf das Regenerieren zurückgreifen. Bedeutet also, man geht einfach mal für gut zwei Stunden an 20 Meter anders entfernten Spot, rennt einfach mal ein bisschen um den See und testet auch eben andere Stellen. Kommen wir zu der nächsten Frage. Sind Dailies und Weekly Quests mit Belohnungen geplant? Und da gibt es auch eine ganz interessante Antwort zu, in naher Zukunft ist die Einrichtung von Quests, Aufgaben nicht geplant, aber wir arbeiten dran. Auch interessant. Eigentlich gar nicht schlecht, wenn man sich überlegt, man hat so für den Tag oder über den Tag verteilt immer noch so ein paar Dailies oder ein paar Weekly Challenges, die man absolvieren kann. Gar nicht verkehrt. Muss natürlich auch passen fürs Game. Aber wenn die daran arbeiten, klingt das doch schon ganz gut. Zur nächsten Frage. Nach dem Update des Ladoga Archipels und dem Erhöhen des Trophäengewichts von dem baltischen Stör auf 200 Kilo, macht es Sinn, am Ladoga See auf diese Trophäe zu angeln? Und da dann eben die Antwort zu, ja, aber am Ladoga Archipel gibt es größere baltische Störe. Also, klar kann man am Ladoga See immer noch die Trophäe fangen. Wenn allerdings das Durchschnittsgewicht vom Archipel von dem Fisch da schon größer ist, hat man wahrscheinlich eine höhere Chance, da dickere Brocken zu fangen. Als nächstes kommen wir dann zu dem Bereich der Futterrakete, die angesprochen wurde. Da hatte ich ja gerade anfangs schon gesagt, da werde ich nochmal ein extra Video zu machen, weil das wirklich wahnsinnig komplex ist. Wir werden das schön mit verschiedenen Beispielfuttermischen dann kombinieren und dann mal gucken, wie das dann funktioniert. Hier dann erstmal die Frage. Laut offiziellen Angaben hat der Anfütterungsbereich ein Durchmesser von 5 Meter, heißt also einen Radius von 2,5 Meter. Und alle Basismischungen, Futterbällchen, Trockenmischung, PVA, haben den gleichen Effekt in der Reichweite. Also, diese Lockwirkung zählt quasi für alle Futtermischen. Beim Lesen des Benutzerhandbuchs habe ich auf die Beschreibung der Futterrakete geschaut. Und da gibt es dann, wie gesagt, diese zwei verschiedenen Arten der Futterrakete. Einmal die offene und einmal die, die so aussieht wie so eine Bombe. Und die Beschreibungstexte dieser beiden Futterraketen sind schon, naja, sehr, sehr schwierig zu deuten, muss man wirklich recht geben. Und daraufhin kommt dann eben die Frage, das wirft die Frage auf, wie groß ist ein kompakter Angelplatz und großflächiger Angelplatz. Also, wie kann man denn jetzt diese Futterraketen einsetzen, wenn man einmal kompakt angeln will? Und was ist dann quasi ein großflächiger Angelplatz? Wie verwendet man welche Futterrakete? Welche Auswirkungen hat denn der Einsatz der unterschiedlichen Futterrakete? So, dazu gibt es dann aber auch schon eine Aussage. Und da heißt es dann ganz klar, im Moment ist die Größe der erzeugten Futterplätze von verschiedenen Raketen im Spiel gleich. Also, egal welche Futterrakete man verwendet, die Größe ist quasi genau gleich, diese zweieinhalb Meter Radius. Vielleicht werden wir das Fütterungsmodell in Zukunft verkomplizieren und die Größe des Futterplatzes wird variabel. Das wird spannend. Aber das ist auch zumindest schon mal eine Aussage. Im Moment können wir die Futterraketen ähnlich verwenden. Was da jetzt allerdings wichtig ist, welche Zusätze man in diesen Futterraketen verwendet. Und da gibt es dann nochmal die Info zu, was die Wirkung des Futters angeht, so ist, wie zu Recht erwähnt, die Größe der Zusätze je nach Art der Rakete wichtig. Die Wirksamkeit der Spomb-Raketenfütterung wird reduziert, wenn kleine Zusätze verwendet werden. Wir haben, ähnlich wie bei der Verwendung von Spot-Raketen, die Kombination mit großen Zusätzen. Das heißt also, wir haben die Spomb-Rakete, die dann wie gesagt eher für die großen Partikel sind und die Spot-Rakete eher für die kleinen Partikel. Also, das sind einmal wie gesagt diese geschlossenen, die dann wie gesagt für die großen Partikel und die mit den Löchern drin, die halt auch oben so quasi offen sind, wie so ein Trichter. Das sind die, die beim Auftreffen eben auf der Oberfläche eben direkt diesen Nebel erzeugen und das sind eben die, die eben nur für die kleinen Partikel richtig wirksam sind. Und da kommen wir dann zu dem eingangs erwähnten dritten Punkt, denn anfangs wurde ja auch nochmal der Punkt gesagt, die Kategorien für Partikelgröße waren nicht detailliert genug. Da haben wir dann jetzt quasi den dritten Punkt. In diesem Fall ist die Beschreibung korrekt. Im Zusammenhang mit Raketen gelten Zusätze bis 4 mm als klein, ab 12 mm als groß. Wahnsinnig viel Information wieder. Wie gesagt, das kommt dann extra nochmal in einem Video zu den Futterraketen. Es ist derzeit aufwendig, diese Videos zu erstellen. Wenn du davon einen Nutzen hast, lass doch einen Daumen da fürs Video, abonniere den Kanal, damit du auch die nächsten Videos nicht verpasst. Das hilft mir wahnsinnig. Dankeschön. Kommen wir nun zur nächsten Frage und die wird richtig komplex. Könnt ihr die grundlegende Interaktion zwischen Futterpräsentation und Material, also Trockenmische, PVA, Futterbällchen, Stringer, Schleuder, Boilyrohr erklären? Welche Varianten arbeiten zusammen oder ersetzen einander? Gibt es überhaupt eine Überschreibung? Da haben wir ja den Punkt. Wenn zwei Futterraketen mit unterschiedlichen Mischen den gleichen Angelplatz treffen oder addieren sie sich, also addieren sich die Mischen, in den EU-Foren gibt es viele Diskussionen und Guidelines um dieses Thema, einschließlich der Administratoren der Foren, welche Empfehlungen geben, wie zum Beispiel Spotrute plus Boily Stringer plus Wurfrohr zusammen zu nutzen. Ja, dazu dann die Antwort. Erstens wirkt sich die Kombination verschiedener Fütterungsmethoden, wie oben erwähnt, auf die Effizienz der Fütterung aus. Zweitens wirken Futterladungen, die auf verschiedenen Wegen zugefüttert werden. Entweder von der Oberfläche oder direkt auf den Boden. Dies kann wichtig sein, wenn es eine Strömung gibt. In jedem Fall wird der Futterplatz gebildet, wenn die Ladung ausgelöst wird. Beim Auftreffen auf die gleiche Stelle wirkt sich die nächste Futterladung auf die bereits vorhandene Stelle aus. Es gibt keine Überschreibung einer Futtermischung durch eine andere. Futtermischungskomponenten beginnen in Kombination zu wirken. Ähnlich wie bei dem Sandwich, wenn wir quasi an einem Haken zwei verschiedene Variationen haben, heißt also 1 plus 1 gleich 1,5. So wird es höchstwahrscheinlich dann auch mit den Futtermischungen sein. Das heißt, in Kombination entsteht dann da auch wieder eine Wirkung. Dann gibt es erneut die Frage zu den Futterraketen, die zwei Varianten geschlossen und offen. Wie die wirken oder ist es notwendig, dass man sie quasi erst absinken lässt oder an dem Spot quasi lässt? Und da gibt es dann eben die Antwort, Raketen werden auf der Oberfläche entleert. Sobald sie auf das Wasser treffen, nach dem Auftreffen auf dem Wasser kann die Rakete sofort eingeholt werden. Heißt also, ihr müsst die Route mit der Futterrakete nicht auswerfen und dann da liegen lassen, sondern auswerfen, es platscht drauf und es wirkt. Nur eben in zweierlei Varianten. Bei der Spomb-Bombe geht das Futter nach unten, wirkt in einem kleineren Bereich. Und bei der Spot-Futterrakete ist es so, dass man eher einen größeren, nebligen Bereich quasi erzeugt. Dann natürlich die Mutter aller Fragen. Ist es möglich, einen Spot zu überfüttern? Wenn ja, welche Anzahl an Futtermischungen produzieren eine Überfütterung? Und da geht es natürlich so hart in die Game-Details oder in die Geheimnisse des Games rein. Da heißt dann die Antwort, die Menge der Futtermischung beeinflusst verschiedene Fischarten unterschiedlich. Genauere Angaben dazu wollen wir nicht machen. Ist vielleicht auch ein bisschen verständlich, dass da so ein bisschen Geheimnis im Game vielleicht auch noch drin sein soll. Was man ja schon weiß, Brassen fressen wie wild. Da kann man konstant ein Futterbällchen nach dem anderen reinballern. Dann interessiert die Brassen gar nicht. Die werden bloß noch viel wilder. Bei Karpfen zum Beispiel kann es dann vielleicht irgendwann schon mal zu Ende gehen. Das heißt, wenn man den Spot mit vielleicht 30 plus Futterbällchen beschmissen hat, hat man auf einmal nur noch Giebel und Krauschen an dem Spot. Wo wir bei den Karpfen sind, geht es nochmal zurück zu dem Futter für die Karpfen. Und da zu den Boily Crusher, dem Grinder. Und auch da gibt es eine Frage zu. Gibt es einen Unterschied in der Wirkung, wenn Boilies unterschiedlicher Größe zerkleinert werden? Nächste Frage. Gibt es einen Unterschied bei der Zugabe von Pop-Up oder sinkenden Boilies als zerkleinerte Komponente? Gibt es einen Unterschied zwischen sinkenden und Pop-Up-Boilies gleichen Geschmacks? Oder betrachtet das Spiel sie als gleiche Komponente sozusagen, sobald sie zerkleinert sind? Ja, und der aufmerksame YouTube-Videoschauer wird das wahrscheinlich schon wissen. Der Crusher produziert immer nur eine Größe und das unabhängig von den Boilies. Ausschlaggebend ist allein der Geschmack. Genau, das ist quasi die Antwort von R4. Hier, Shitty-Gall also, was für eine Variante man reingibt. Wenn man ihn geschreddert hat, den Boily, dann ist es egal, was es vorher war. Er wird auf die gleiche Partikelgröße zusammengeschreddert. Ja, da geht es nochmal weiter mit dem Karpfenangeln und der Frage, wenn man drei identische Karpfenrouten verwendet und sie an derselbe Stelle auswirft, aber mit unterschiedlichen Ködern und PVA-Futter-Mischungen, funktionieren dann alle Routen separat oder vermischt sich das Futter, das PVA, an dieser Stelle? Früher war die Antwort klar, oder? Heute ist die Antwort eigentlich auch mittlerweile klar. Oder wird empfohlen, bei allen Routen den gleichen Köder- und PVA-Aromen zu verwenden? Damit endet dann die Frage und die Antwort kommt direkt. Wenn man alle Routen mit unterschiedlichen Futtermischungen auf die gleiche Stelle wirft, bilden sie eine kombinierte Futterstelle, die das gesamte Futter enthält. Ein solcher Futterplatz wirkt sich auf alle drei Routen gleich aus. Dann noch eine weitere Frage zu dem Spot und zu den Pausen für die Spots sozusagen. Jeder kennt den Ausdruck, gib dem Spot eine Pause. Frage, was bestimmt, ob ein Spot überfischt ist? Die Zeit, die der Fischer dafür aufgewandt hat? Oder die Anzahl der gefangenen Fische? Um es klar zu sagen, wenn ich drei Angeltage an einem Spot verbracht habe, aber nur zwei Fische gefangen habe, ist er dann überfischt? Eine andere Frage, erholt sich der Spot nur, wenn der Spieler online ist? Dazu dann natürlich die Antwort von RF4. Die Zeit des Spielers am Angelplatz ist nicht relevant. Nur die Anzahl der gefangenen Fische. Also, ganz klar, wenn du fünf Tage brauchst, um drei Karauschen zu fangen, kannst du auch noch eine ganze Woche da stehen. Der Spot wird einfach nicht überfischt sein. Er läuft vielleicht einfach schlecht. Weitere Antwort, der Spot erholt sich unabhängig davon, ob der Spieler online ist oder eben nicht. Also, er erholt sich in jedem Fall. Heißt also, man kann einfach online irgendwo anders angeln. Mal eben ausloggen, wieder einloggen, bringt auch keinen Unterschied. Der Spot ist quasi serverlastig, überfischt sozusagen und muss da quasi den Timer zurückgesetzt haben und dann lübt es wieder. Kommen wir zu der letzten Frage. Gibt es Pläne, Lizenzen für einige Fischarten einzufügen? Und da gibt es dann die Antwort, Lizenzen für Fische sind derzeit nicht geplant. That's it. Das war das F&Q. Sind wir jetzt wahnsinnig überrascht? Ja, Mann. Es ist game changing. Ein riesen Unterschied. Und wie gesagt, ich bin jetzt schon super gespannt auf die nächsten Spots fürs Karpfenangeln. Ich sehe jetzt schon drei unterschiedliche Routen mit drei unterschiedlichen PVAs an einem Spot. Und ich glaube, es wird einfach wild. Ist das Ganze jetzt einen großen Aufschrei wert? Ja, Mann. Es ist einen riesen Aufschrei wert, denn es ist einfach absolut neu. Aber es ist auch absolut geil, denn wir haben jetzt quasi vier, fünf Jahre in so einem Art Dämmerschlaf geangelt. Immer schön, nur mit einer Mische und mit einem Aroma. Und jetzt öffnet sich quasi eine ganz neue Welt. Wir können viel mehr rumprobieren. Ich freue mich auf ein ganz, ganz wildes Karpfenangeln. Und ich habe auch tatsächlich schon ein bisschen rumprobiert. Und es geht ab. Petri, ihr Lümmels. Ich freue mich auf die nächsten Videos. Daumen da lassen, wenn es dir geholfen hat. Einen Kanal abonnieren, damit du die nächsten Videos auch nicht verpasst. Glocke reinhauen. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 20 Uhr.